Also in mir schlummert sicherlich kein verborgenes Nähtalent. Doch hier in der Werkstatt von Obermeisterin Eva Weber-Iden sieht das ganz anders aus. Denn hier beherrscht jeder das Schneiderhandwerk. Denn hier werden von vielen fleißigen Händen die Kostüme für die Hellewecks geschneidert. Denn die sollen für das große Hellewecks-Grundschulfest zum Leben erweckt werden. Und das ist der Stoff, aus dem spannende Geschichten gemacht werden. 20 Hellewecks-Kostüme entstehen aus 36 Metern Flauschstoff, 50 Metern Filz, 6 Metern Walgstoff, 45 Knöpfen, 15 Reißverschlüssen, 2000 Metern Bauschgarn, etlichen 1000 Metern Garn, 20 Metern Einlage und 20 Metern Folie. Die Kostüme sind bei Schneidermeisterin Eva Weber-Iden in guten Händen. Sie ist von dem Projekt überzeugt. Ich bin überzeugt davon, dass das eine gute Sache ist, dass man Schulkinder rechtzeitig an Handwerksberufe heranführt. Eines Tages rief mich Mareille Wilbert an und fragte mich um Unterstützung. Zeigte mir das Projekt oder erklärte mir das Projekt von den Hellewecks. Und ich schaute mir die Zeichnungen an und ich wurde gefragt, ob es möglich ist, diese ins Leben zu erwecken, diese Figuren. Und dann habe ich kurz nur nachdenken müssen und sagen, ja, okay, da möchte ich gerne Kostüme für entwerfen. Ihr zur Hand gehen drei Lehrlinge. Mit flinken Fingern nähen sie dem 7. April entgegen. Auf dem Hellewecks-Fest haben dann nicht nur die Hellewecks-Kostüme-Premiere, sondern auch die Idee, Berufsorientierung in einer attraktiven Form zu präsentieren. Für die Kostüme der Hellewecks war also diese Schneiderei zuständig. Und für den Titelsong, da haben sich Thomas Anders und Sister Nova zusammengetan. Doch wie kam es eigentlich zu dieser ungewöhnlichen Verbindung? Hallo, ich bin Viviane und ich bin 18 Jahre alt. Hallo, ich bin die Rola und ich bin 18 Jahre alt. Hey, was geht ab? Ich bin die Kisita und bin 18 Jahre alt. Und wir sind Sister Nova! Zusammen mit Thomas Anders geht es am 7. April für die drei jungen Musiker...